Ich bin hier mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich bin hier auf der Straße. Weißt du was? Früher wäre das eine schlechte Idee gewesen, aber es ist ein Krach. Ich sehe keinen. Ja, Weaver, ich höre. Hey, nenn mich Jim. Hör zu, ich habe mich nie bedankt für deine Hilfe, meine ich. Also, ich mache nur meinen Job. Ich möchte dir trotzdem danken. Ich weiß es zu schätzen, dass du in der Außenwelt deinen Arsch für mich riskierst. Und Kumpel, das Napalmzeug ist fast fertig. Du wirst bald bei den Tests helfen müssen. Ja, klar, Weaver. Ähm, Jim. Ja, ich bin da. Gucken wir mal, was hier steht. So ein Zufall. Ja. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Was soll ich nicht? Nein. Lass mal haben, das Hammer. Alter. Oh, Trophäe, erhaltelein mir dein Ohr. Oh, jetzt ist es schon gelohnt. So. Na, du sollst es hier. Ach Gott, hey. Was ist denn hier los? Eines der Camps wird es brauchen. Eines der Camps wird es auch Oh, das liegt schon ein wenig länger dort. Was zur Hölle machst du hier draußen? Das ist jetzt die Frage. Ein Grobler. Seid ihr auf Speed oder so, oder seid ihr in der Hölle? Oh ja, hier gibt es auch ein paar Freunde, siehst du mal. Können wir hier irgendwas machen? Nein, das hätte mich ja gewundert, das wäre jetzt so einfach gewesen. Was sagen wir hier, einen elektrischen Zünder, ein bisschen Schrott, okay. Das Problem ist halt echt, dass ich jetzt keinen Schalter mehr habe. Das macht die Sache echt schwierig. Jaaa, komm! Alles ob! Jaaa, komm! Ah perfekt, hier steht Munition, das macht die Sache natürlich. Also eigentlich hab ich da voll durchgeschossen. Alter, ich drück den rechten Stick nach unten und es passiert halt einfach mal nix. Jetzt hab ich dich. No? Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um bevor wir da reingehen. Ich weiß ja nicht was jetzt noch kommen wird. Eigentlich noch irgendwo da geht's hoch. Da siehste, ich schaue schon wesentlich besser aus. Damit kann man schon was anfangen. Gut. Das scheiß Krabbeler regen mich auf ey. Ein bisschen mehr Munition, wunderbar. So, schauen wir mal. Also ja. Taylor. Wie geht's dir, Taylor? Ich hab's versaut, Mann. Ich wollte ihn nicht töten, Mann. Er sollte gar nicht da sein. Der Doc war okay, Mann. Er hat mir geholfen. Er war nett. Na komm, steh auf. Ich will nicht hängen, Mann. Ich will nicht hängen. Ich will nicht hängen. Ich gar nicht. Ich will nicht. Du zappelst und zappelst und scheißt dich ein und die ganzen Pisser gucken zu und lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Ich will nicht hängen. Ich will nicht hängen. Bitte. Bitte. Du musst mir helfen. Scheiße. Scheiße. Bitte, Mann. Okay, warte. Bitte. Wah!!! Ja. Das war für's. Die ist wichtig. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. St. John! Hier rein! Wie bad aus ist. Verdammt. Bringen Sie die Leiche raus. Da war noch Kerosin. Darf ich das noch mitnehmen, bitte? Das wäre grandios. Was er auch getan hat. Noch nicht. Du könntest mir nicht mal meinen Ring wiedergeben hier, du Vogel. Was hältst du denn davon? Ach ja. Irgendwann kommen wir schon wieder an den Ring. Da war's. Und so wieder. Und so wieder. Und so wieder. So. Schön, dass ich nicht mehr zurückfahren muss. Das muss zur Krankenstation. Und diesmal teilen Sie keinen gottverdammten Junkie zur Arbeit dort ein. Ja, Sir. Hm. Ich will nicht hängen. Oh, schon wieder ein Punkt. Das ist ja fein. Das ist ja fein. Das ist ja fein. So ein Pünktchen, das ist schön. So fein halten, mich hält nichts auf. Mhm. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Sweet. So. Keine Hussert-Island zurück. Ja, sind wir ja. Ach ja, wir müssen da hin. Rede mit dem Colonel. Was geht? Nichts. Nichts. Hm. Hallo, Colonel. Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Curry sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Tielsen-Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Herr, unsere Patrouille berichtet, dass auf Ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so'n verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Futter für die Freaks. Unripper Camp. Oh. Das ist ja weit weg. Aha. Na, das kann ja was werden, wa? Junge, 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 Junge. Was mir so ein bisschen stört ist, dass wir hier keine weiteren Camps haben und echt relativ weite Wege immer. Und das und das bringt eigentlich nichts. Wenn das jetzt hier vielleicht da druben wäre, wäre es cooler. Naja. Okay. So weit, so gut. Deacon, hörst du mich? Deacon, Sarah hier. Ich muss mit dir reden. Oh, schon bitte. Ja, ja, hey, ja, ich hör dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Wow. Okay, und äh, was kann ich für dich tun? Das sag ich dir, wenn du hier bist. Sarah, Ende. Deacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Sarge. Wir sehen uns, Corporal St. John. Hm, das könnte es sein. Okay.